Gründen Sie in Bayern ein innovatives Unternehmen, dann kann für Sie eine finanzielle Zuwendung des Staates in Frage kommen. Das sind freiwillige Geldleistungen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Um eine Zuwendung zu erhalten, müssen Sie einen Antrag stellen. Dieser muss eine Beschreibung Ihres Vorhabens sowie einen Kosten- und Finanzierungsplan enthalten. Bei positiver Beurteilung erhalten Sie einen Zuwendungsbescheid. Dieser setzt die Rahmenbedingungen für die Verwendung der staatlichen Mittel fest. Ist Ihr Vorhaben abgeschlossen, zeigen Sie mit einem Verwendungsnachweis, dass die Fördermittel gemäß Ihrer Bestimmung eingesetzt wurden. Wir unterstützen Sie in allen Phasen des Zuwendungsverfahrens und beraten Sie, welches unserer Förderprogramme für Sie in Frage kommt. Nutzen Sie dafür unsere Förderhotline 0800 0268 724. In Bayern gibt es mehrere Förderprogramme für innovative Gründer. Vier wollen wir hier hervorheben. Flüge unterstützt Gründungswillige an bayerischen Hochschulen mit einem Stipendium und der Übernahme von Sachausgaben. Das Vorhaben, das bei der geplanten Gründung im Zentrum steht, muss über den Stand der Technik hinausgehen bzw. hinreichend neu sein und deutliche Alleinstellungsmerkmale aufweisen. EXIST ist ein Förderprogramm des Bundes für Studierende, Hochschulabsolventen und Wissenschaftler. Es unterstützt bei der Vorbereitung von technologieorientierten und wissensbasierten Gründungsvorhaben. Gründen Sie im Bereich Digitalisierung und liegt Ihre Gründung nicht mehr als zwei Jahre zurück, dann können Sie vom Förderprogramm Startzuschuss profitieren. Es übernimmt Ausgaben für Miete und Personal, die Markteinführung des Produkts sowie für Forschung und Entwicklung. Voraussetzung ist, dass Ihr Geschäftsmodell besonders zukunftsfähig und innovativ ist. Sie möchten sich neben EXIST auch für Startzuschuss bewerben? Achten Sie darauf, dass EXIST immer vor Startzuschuss bewilligt sein muss, sonst wird Ihre EXIST-Bewerbung abgelehnt. Wenn Sie ein technologieorientiertes Unternehmen neu gegründet haben oder gründen wollen, dann ist das Bayerische Förderprogramm bei TOU für Sie interessant. Gefördert werden Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die ein erhebliches technisches Erfolgsrisiko aufweisen, aber trotzdem machbar erscheinen. Weitere Informationen finden Sie auf www.gründerland.bayern.